Hallihallo das sind wir wieder. Ein neuer morgen begrüßt uns. Gibt es schon Strom? Richtig viel. Ich drehe euch auch. Besser wie nischt, wa? Ich dachte mir wir gucken mal so ein bisschen Richtung Optimierung. Super. Ne. Eins fehlt noch. Weil. Das hier fände ich nicht übel. 150 Masse. Da müssen wir noch ein bisschen. 10,50. Das krieg ich mal hin. Zack, zack. Reiten wir das alles nämlich schon mal ein bisschen vor. Genau. Hier war glaube ich Kleber. Noch einmal Kleber. So. Jetzt hauen wir das auch rein. Für die Fenster die ich sieben. Für die Aufwertung. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir auch alles. Genau. Das fehlt nur noch. Okay. Gehen wir jetzt halt um Holz. Aber. Mal einspeisen können. Das ist wieder Strom aus. Na ja. Na ja. Na ja. Ja das ist noch okay. So. Das übliche. Holz. 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 Habe ich gefunden. Achja. Ich war zu doof zum Wölfejagen. Zweimal in Folge. Die bin ich auch verfolgt. Einmal davon mit Infektion. Sie haben gesehen ich habe kein Gegenmittel mehr. Wollte ich mir zwei neue bauen. Was brauchen wir dafür? Fische. Äh. Da brauchen wir die Angel. Ehh. Wo war das gewesen? Hier. Gut. Das kommt drüber. Gehen wir nämlich mal angeln. In der Zeit. Hier. Hier. Wir wollen es jetzt. ach ich depp jetzt weiß ich wieder ob ich keine energie mehr hab ich hab Dietrich gebaut ich bin gestern schon an so einer blöden Kiste vorbei gerammelt Dich nehmen wir mit ich wünsche ihnen Wasser nicht so schnell was gibt es doch nicht komm her Viecht ich hatte es doch schon wie soll ich denn noch E drücken jetzt ach der Schied wird er angeln weißen die noch ich weiß es nicht weißen die nicht sogar besonders gut also in Natur weil durch die Wasser tropfen denken sie da kommt lauter Insekten auf die Oberfläche und wollen die fressen oder so auch ganz einen scheiß einsammeln das war ja ja was ist jetzt kaputt oder so sind wirklich nicht nichts überhaupt etwas Das war's. So, das war's. ist das die 6 so und jetzt nach rechts Blick nach oben werfen naja ist so weit weg jetzt brauchen wir Geduld mal ein Bild was mich so treibt war das nicht schon im Winter so dass es dann übelst gestört hatte wo wir angeln waren du machst doch ein wenig Kilder na komm schon ich wollte eigentlich 4 Dinger durchleiern hier zu weit rausgeschmissen ein Stück weit holen ja 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 man sollte mal ruhig sein beim angeln damit man die Fische nicht verschreckt ich befürchte so weit weg wie das Ding ist jetzt könnte sie eine Party machen nicht dass es wirklich einen zu weit weg gibt oh ist das grubelte das ist auch kein Punkt bis auf bis auf bis auf bis auf bis auf Untertitelung im Auftrag des ZDF Verhungert beim Fischen. Gott sei Dank. Mittel groß war. So richtig groß sieht er jetzt nicht aus. Das ist ein Witz. Äh. Das ist ein Witz. Vielleicht geht es diesmal schneller. Wäre schön. Das wäre so ein kleines Mistvieh. Das letzte Mal hier stand da habe ich einen großen nach dem anderen rausgeholt. Das sieht diesmal anders aus kann das sein. Ja. Naja anders aber auch klein. Der Hälfte haben wir hier schafft. Ja das ist echt so ein Spiel der kleinen Zahlen. Ja das ist echt so ein Spiel der kleinen Zahlen. Das boogelt schon. Das boogelt schon. Wieder ein kleiner. Ja bitte ein kleiner Leute. Ich trete durch. Ja. 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 Ein letztes Mal. Ja. 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 Ne, das geht jetzt relativ flink. Aber wieder so ein kleines Scheißding. Das finde ich nicht in Ordnung. So, wenn du die ausnimmst, da bleibt er nur schüfrig. Braucht auch Rauberfische. Minderung ungefähr. Minderung ungefähr. Ach, was ist auch nicht überhaupt August. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder die Baumwollpflänzchen. Die in Braun mit weißen Bullern dran. Oder in Kisten mal wieder ein paar Samen. Auch noch ganz viel von dem Scheiß, Leute. Da war so der Punkt, ne? Jetzt bist du ewig am Suchen, am Machen, am Tun. Wenn du die ganzen Klamotten hast, brauchst du es nie wieder. Vielleicht haben wir zum Reparieren. Kupferbräuch noch mal wieder, Leute. Das war jetzt, packen wir da, habe ich gesehen. Das war jetzt, packen wir da, habe ich gesehen. Das ist ja auch in einem Monat wieder so weit. Das ist ja auch in einem Monat wieder so weit. Jetzt ist der Wind vorbei, geht's schön. immer schön strom produzieren das ist noch so ein Reh das ist aber kein Kupfer leute noch mal Muscheln Sandstein müssen wir vorerst eigentlich erstmal durch sein ich will nicht wohin liegen damit lassen wir jetzt erstmal so, schon was wir zuhause noch machen können wir enden am Dings das ist aber schön jetzt haben wir noch ein Dach gefunden hier und da ist der Generator aus hm 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 quatsch das da, das da, das da ok das war jetzt ein bisschen dämlich gibt es zu ok, das war jetzt ein bisschen dämlich gibt's zu Fell. Nee. Haben wir noch genau. Schwupps. Oh, nichts mehr zu futtern. Jetzt muss ich das Gegengift saufen. Das kommt wohlbehütet hier rein. Wir setzen jetzt noch komplett neu an hier. So ein bisschen noch vorwärts gehen. Gut. So. So. Machen wir das also so. Den Scheiß braucht man nicht. Kartoffeln wir haben. 16. Den 8 würde ich mit Tomaten voll machen. Und 222. So. 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 Strom haben wir, Masse haben wir, Aufwertung. Das da, das da, das da, das da. Brauchen wir nicht mehr ganz so viel, so und dann können wir noch Eisen, zweite Kammer. Ist dann die Frage, braucht die zweite Kammer dann nochmal Strom oder läuft das über den Silbenquark? Hm? Achso, hier. Jetzt war ich gerade erschrocken. Ach, keine Masse. Okay. Nun gut. Das sieht hier auch interessant aus. Das sagt eigentlich unser Strom im Moment. Fast. Also, völlig sinnlos, was nicht. Machen wir es mal so hier. Gut, sobald ich Strom habe, werde ich hier ein bisschen Glasscheiben durchlassen. Genau, 40 Dinger. Ja, da 10. 10 Glasscheiben brauche ich noch. Ja, ich kriege mal Auto rein. Flupp, flupp. Da oben nach dem Dinger gucken. Ja, wird jetzt wieder ordentlich ziehen hier. Gut, sind wir doch ganz gut aufgestellt. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Runde. Macht's gut. Nach dem Bremsfeld ist der Bremsfeld. Vielen Dank.